Liebe Gäste, dem Motto unseres diesjährigen Sommerfestes folgen, müsste ich eigentlich diese Rede mittendrin halten. Stattdessen spreche ich wie gewohnt zu Ihnen von dieser Stelle aus. Es ist halt doch der beste Platz, Sie alle herzlich willkommen zu heißen. Ich habe mir aber, wie bereits gesagt, vorgenommen, meine Begrüßung kurz und knapp zu halten, sodass ich mich dann rasch zu Ihnen gesellen kann. Einigen von Ihnen mag unser diesjähriges Motto Fantasilos erscheinen. Dagegen wende ich ein, dass wir mit Mittendrin eine zentrale Botschaft vermitteln. Wir sehen uns nicht als Elfenbeinturm der Wissenschaft, sondern verstehen uns als Universität mitten in der Gesellschaft. Im Zusammenwirken mit der Stadt Jena und ihren Bürgern, mit dem Land Thüringen, seinen Kulturschaffenden, seinen Unternehmen, seinen Schulen und Einrichtungen können wir neue Möglichkeiten schaffen und entfalten. Was erwartet uns heute Abend? Ich darf Ihnen ein stimmungsvolles Programm versprechen mit viel Musik, Tanz und kulinarischen Köstlichkeiten. Sie können beim Unisport vorbeischauen und ihre Beweglichkeit testen, bevor Sie sich den Gaumen Freuden widmen. Aber Sie können auch anderen einfach zuschauen, beim Tanz, bei der Kleinkunst oder beim Toreschießen nach dem Abschneiden der Mannschaft. In der Weltmeisterschaft ist ja zuschauen beim Toreschießen vielleicht auch angemessen. Wenn Sie mögen, begeben Sie sich auf eine Zeitreise durch die Architektur unserer Stadt. Lassen Sie sich die Planungen für den Inselplatz erläutern. Frau Treuter und Herr Liebold erwarten Sie dazu im Zitronensaal. Und gegen 23 Uhr, wenn es richtig dunkel ist, beginnt auf der Bühne im Griesbachschen Garten dann die Multimediashow mit Feuerwerk. Dieser Abend gehört Ihnen, liebe Angehörige und Mitglieder der Universität und Ihnen, liebe Gäste, die von nah und von fern zu uns gekommen sind. Lassen Sie uns feiern. Ich habe schon viele entspannte Gesichter gesehen, als ich den Weg heraufgekommen bin. Ich wünsche uns allen ein fröhliches Sommerfest. Und jetzt singt noch einmal der Psychochor Kling, Klang, Keimzeit. So weit wie möglich, bis du sagst, es ist Zeit, wir müssen aus Feuerland zurück nach Hause. Kling, Klang, du und ich, die Straßen entlang. Kling, Klang, du und ich, die Straßen entlang. Kling, Klang, du und ich, die Straßen entlang.